Wir haben einfach alle miteinander darüber gesprochen, wie wir es besser machen müssen, weil wir müssen es besser machen und es einfach jeder Spieler mehr auf den Platz bringen muss, noch mehr geben muss am Platz und das wird einfach wichtig sein in den nächsten Spielen. Wir müssen einfach mutiger auftreten, wir müssen mit der Selbstbewusstsein auftreten und nur so kommt man an Punkte ran. Ich glaube, wenn man ein paar Spiele hintereinander nicht punktet, kann die Stimmung nachher etwas schwanken, aber ich glaube, dass wir trotzdem einen guten Zusammenhalt in der Mannschaft haben und das ist auch das Wichtigste und das wird uns die nächsten Wochen dann auch wieder nach vorne pushen. Ich glaube, dass wir einfach gemeinsam alles gemeinsam machen müssen, dass wir uns gemeinsam pushen müssen, dass wir viel sprechen miteinander müssen und im Endeffekt geht es nur gemeinsam und das ist das Wichtigste. Musik 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 Musik